Na gut, dann machen wir nochmal von vorne. Dann wissen wir jetzt wenigstens wie es funktioniert. Und können ihn in aller Ruhe hoffentlich irgendwie besiegen. Dann gib mir mal so einen Typen. Nein! Äh, äh! Ja super, jetzt habe ich keinen gekriegt. Also beziehungsweise ich hatte einen, aber dann kam einer von der anderen Seite noch. Ah, 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 komm, mach doch. Oh, dieses Gedreh macht mich auch ein bisschen kirre in der Birne, ne? Muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Hä? Habe ich den nicht erwischt? Ja, okay, dann halt kurz da rein. So, wieder raus. Junge, Junge, Junge. Komm schon, schmeiß deine Gefährten. Blöder Vogel. Na, Mist daneben. Gut, wenigstens einmal getroffen. Immerhin. Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. So, viermal schon getroffen. Ist doch schon mal ein guter Schnitt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Puh, okay. Gut, er macht einmal seine Späßchen. Ciao. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich hier rübergehe. Könnte ich ihn da vielleicht irgendwie besänftigen? Nein. Okay, gut. Jetzt macht er wieder seine Späßchen hier mit diesen komischen Steinchen da. Ach nein, diesmal mit den anderen Typen. Sehr gut. Sehr gut. Aber ein Leben wäre auch mal geil, wenn du so ein Leben mal droppen könntest. Nur mal so. Spaß. Ist das Ding, die spawnt? Na, super. Jetzt macht er bestimmt das andere. Oder? Oh Gott. Triff dich nicht. Du bist zu weit weg. Ja, natürlich. Er macht wieder das Ding. Oh, kacke. Ja, es dauert jetzt wieder ewig, bis ich den da besiegen kann. Ich laufe einfach hier am Rand. Da trifft er mich nicht. Andere Richtung? Auch kein Problem. Laufen halt in die andere Richtung. Ich glaube, da trifft er mich nicht. Nö. Ich dachte schon gerade, er dreht wieder andersrum. Ja, jetzt dreht er wieder andersrum. Ich schätze mal noch zweimal muss ich ihn treffen. Das war knapp. Ach so. Können wir da andersrum. Gut. Hier will ein links drehende Kultur. Von mir aus. Oh. Junge, 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 Junge. Na komm, du Vogel. Mach vorbei. Ja. Hatte keinen Sinn mehr. Von mir aus. Poink. Poink. So, komm schon. Weg damit. Ja, nice. Gut. Dann wieder die anderen Typen. Und dann machen wir jetzt hier den Sack zu. Hoffentlich. Ja, ja. Genau. Kenn ich. Kenn ich. Hab ja auch manchmal. Geht er wohl wieder weg. So, komm. Mach deine komischen Typen hier. Brauch was zum Schmeißen. Danke. Genau die. Einmal noch. Brauch nur einen Gegner. Scheiße. Gib mir doch so einen scheiß Gegner, Mann. Boah, fuck. Hier. Blöde Drecksack, ey. Vision 2. 6-2. Löschen. Och, und ich glaube, damit haben wir es, oder? Aber wahrscheinlich noch nicht. Puh. Junge, Junge, Junge. Ich hab keine Ahnung, wo ich die letzten zwei Typen verfehlt habe, verpasst habe. Es ist mir gerade auch sowas von scheißegal. So, wir speichern jetzt die Scheiße aus dem Spiel hier raus, ey. Aber sowas von hart. So, speichert. Speichern abgeschlossen. War's das? Können Sie mir vorstellen. Hä? Flonoha? Ah. Dingens. Name vergessen. Wird hier einfügen. Wenn die alle da sind, dann war's das bestimmt, ne? Alle. Ja, den Namen auch nicht mehr. Er weiß ihn auch nicht mehr. Er sagt, er war alle. Verflixt. Ich dachte, ich könnte ihn erwischen. Ich wusste doch, dass du der Herausforderung gewachsen bist. Frieden wird wieder einkehren. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Glückwunsch. Flonoha. Hupo. Dingens. Ihr seid in Sicherheit. Mutter. Jetzt können wir wohl endlich feiern. Ich bin mir da nicht so sicher. Es ist bereits genügend Alptraumenergie vorhanden. Sie hat Macht über den Körper von Diva Lephes genommen. Äh, gewonnen. Andersrum. Und Nahatom wird bald geboren werden. Oh no. Die Träume der Welt durch ein Prisma gefiltert. Die Quelle von ganz Phantomil. Solange es möglich ist, diesen Traum zu sehen, kann niemand Nahatom aufhalten. Oh nein. Nein. Das kann nicht sein. Wir sind noch nicht am Ende. Dieser seltsame Traum. Nahatom wird ihn auslöschen. Höre dies seltsamer Traum. Die Welt ist am Ende. Und dies ist der Beginn des vollkommenen Alptraums. Ja, super. Ha 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 ha. Ah, ein Loch, ey. Ach. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Aber zu früh gefreut. Kann nicht sein, dass man das Spiel in sechs Stunden durchspielt, ne? Geht nicht. Das geht nicht. Oh oh. Oh, was kommt denn da für ein Viech raus? End-End-Boss? Nein! Nahatom lebt! Er hat sogar seinen eigenen Alptraum hinzugefügt. Wartet, es gibt immer noch Hoffnung. Hoffnung? Es gibt noch eine letzte Kraft, die unsere Vorfahren für diesen Tag vermacht haben. Es ist an der Zeit, die Kraft der fünf Stämme zu vereinen. Bitte helft mir! Klar! Klar! Kommt schon! Danke! Schnell, wir müssen nach oben! Pamela, wir zählen auf dich! Ja! Kommt schon! Wir müssen los! Klonoa! Nahatom ist... Nahatom ist hinter dir her! Hä? Warum ich? Dieser seltsame Traum, von dem Guardius sprach. Das bist du, Klonoa! Was? M-m-m-m-moment mal! Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst! W-w-waaah? Ich habe jetzt keine Zeit, dir das zu erklären! Wir müssen nach oben! Okay! Schade, dass da ein Standbild kommt. Das Spiel ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt. Scheißdreck! Warum denn jetzt? Warum denn jetzt an der Stelle? Oh, Mann! Ja, zum Glück hat es gerade gespeichert. Okay, ich lad mal neu. Was für ein Ärger! Schmiert das Spiel wirklich an der Stelle weg? Oh! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Naja, gut. Dann laden wir halt nochmal neu. Was soll der Geiz? Ich habe ja, wie gesagt, zum Glück gespeichert. Was ist passiert? Das Spiel ist gerade abgestürzt. Ist eingefroren. Aber ist nicht schlimm. Wir hatten ja gerade gespeichert. Alles gut. Lädt gerade! So. Okay. Press Start. Fortsetzen. Wollten auch mal den fortsetzenden Screen sehen. So. Jo. Her damit. 57 Typen haben wir gerettet. Bisher. Ist jetzt nicht alles, aber immerhin ein bisschen was. So. Ah, es geht da weiter, glaube ich. Ja, es geht da weiter, wo wir gerade den Freeze hatten. Schön. Endboss. Offensichtlich. Was ist das? Donut. Das sind Mondkanonen, die seit ewigen Zeiten weitergereicht wurden. Mondkanonen. Achso, die Dinger da. Wir haben keine Zeit. Hört genau zu. Diese Kanonen zeigen nur dann Wirkung, wenn fünf Schüsse gleichzeitig abgefeuert werden. Wir werden die Kanonen ausrichten. Du kannst uns Munition reichen. Munition? Ach, aufgeblähte Feinde würden schon reichen. Hier. Karal. Versteck dich. Äh. Fetti! Oh Gott. Na gut. Das heißt, wir brauchen fünf Munition, um den Typen platt zu machen. Endvision. Der Traum am Ende des Albtraums. Am Himmel über Kress. Wie soll ich die denn jetzt? Die kann ich doch nicht. Kann ich nicht. Au. Geht ja schon mal gut los, ey. Achso, jetzt sind die normal. Schnell hin. Ganz schnell hin. Ah, nimm deinen fiesen Lecklappen weg, ey. Du Widerling. Hä? Hä? Ach, scheiße. Ich hab nicht aufgepasst. Lass mich los. Nein! Prump. Okay. Gut, war nicht so schlimm. Ich glaub, ich hab kein Leben verloren. Bin mir aber nie sicher. Ach, Mann. Gerade wo ich das Vieh einsammeln wollte. Blöder Drecksack. Hm. Da ist ein normaler Ball. Oh, dieses im Kreislaufen macht mich wahnsinnig. Hä? Oh, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Hä? Mit deinen ekligen Lecklappen. Hau ab, Mann. Ach, fiese Sau, ey. So, okay. Einen haben wir. Shit, jetzt hat er alle wieder ausgelöscht. Na gut. Wir haben wenigstens einen. So, da rechts muss ich hin. Uah. Uah. So, die hier hat schon einen. Uah. Das Problem ist, die müssen ja alle mehr verfeuern, damit der Typ platt ist. Oh, nee. Nicht schon wieder mit dem scheiß Lecklappen. Wahrscheinlich gibt nicht. Ja. Ich weiß. Zum Glück hatten wir vorher gespeichert, ne? So, wir haben ein neues Leben bekommen. Aber. Unser Status wurde zurückgesetzt. Äh. Wurde zurückgesetzt. Das heißt, brauchen wir doch alle neu. Uh. Na. Guck ihn doch her. Ach so, jetzt hab ich ihn, ne? Okay. Puh. Oh, nee. Schon wieder. Nein. Dieser Dreckslecklappen. Kann mich nicht wehren dagegen. Jetzt spuckt er mich auch nur aus, ne? Ah, nee. Er verliert trotzdem ein halbes Leben. Okay. Verstehe. Blöp. Gut. Immerhin. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, woran wir sind. Ich hab das eben nicht geschnallt. Oh. Uuh. Shit. Sich zweimal daneben geworfen. Das ist ja ärgerlich. Ich hoffe auch mal, dass ich jetzt, wenn wir dann einmal getroffen haben, dass wir, ich weiß nicht, so zwei, dreimal maximal treffen müssen. Ey, alles andere wäre schon ein bisschen blöd. So, hier, bitte. Uh. Ähm, hier. So, Nummer zwei. Äh, Nummer drei. Quatsch. Nein, nicht doch. Ich lass mich los. Bäh. Ja. Man verliert wirklich ein halbes Leben. Oh, wie nervig. So, meinen Feinden bin ich aber auch nicht näher gekommen jetzt dadurch. Ne, 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 ne. Okay. So, einen noch. Einen noch. Einen noch und da können wir einmal feuern. Oh. Schaff das schon noch. Waaah. Jetzt gar nicht drauf geachtet. Bis die Typen an den Gelatsch kommen. Ah. Okay. Das ist gut. So, wo muss ich hin? Die andere Seite. Boah, genau auf die andere Seite. So, schießt. Schießt doch, ihr Penner. Ihr habt doch genug. Los. Feuer. Hä? Schießt doch. Okay. Haben wir ihn? Soll es das gewesen sein? Das wäre ziemlich einfach gewesen. Ne, das war es noch nicht. Ah, ah. Stufe 2. Na sicher. Stufe 2. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Huch. Wie kurz hängen geblieben. Hä? Komm ich nicht ran. Ähm. Höh. Ne, ich muss auf die Flammen wahrscheinlich schießen, ne? Ja. Auf die Flammen schießen. Oh, Alter. Nein! Was soll ich denn da daneben werfen? Gut. So, noch mal. Ah! Lösen. Blöde. Ah, scheiß Laser Augen. Kacke. Oh, hoffentlich nicht noch mal von vorne. Bitte nicht noch mal ganz von vorne. Oh, ein Glück. Puh.